Herzlich willkommen bei Wetter43 für unsere drei Bundesländer. Ja, endlich kann ich mal was richtig Schönes erzählen. Seit Monaten war es ja wirklich viel zu kalt und ungemütlich draußen. Heute gab es einen schon richtigen Sommertag, blauer Himmel, Sonnenschein. Und dem einen oder anderen war es wahrscheinlich gleich schon wieder zu warm, obwohl die Temperaturen ja seit letzter Woche langsam angestiegen sind und mittlerweile die Sommermarke erreicht haben. Meteorologisch gesehen gibt es einen Sommertag ab 25 Grad und mehr. Und das wurde heute zum Beispiel in Wolfsburg erreicht, in Eschwege, in Dachwich, auch in Kitzing. Bernburg an der Saale knackte heute auch die 25-Grad-Marke in Brandenburg. Und auch in Sachsen war es noch nicht ganz so warm. Hier hat sich die so milde subtropische Luft noch nicht durchgesetzt. Und es wird auch erstmal warm bleiben. Morgen überquert uns zwar eine Kaltfront, allerdings allzu wetterwirksam wird sie nicht sein. Auch morgen Temperaturen von 20 Grad, genauso wie am Mittwoch. Dann wird es zum Donnerstag nochmal richtig warm. Es wird nochmal sehr warme Luft angesaugt. Aber Sie sehen dann auch, da sind sich alle Modelle ziemlich einig. Zum Wochenende hin wird es deutlich kälter. Hier mal der Trend für Halle. 10 Grad sind wahrscheinlich am Samstag nur möglich. Also da sollte man sich wieder wärmer anziehen. Nächste Woche könnte es dann langsam wieder wärmer werden. Normal wären jetzt aber insgesamt tieferen Lagen Temperaturen am Tag um die 13 Grad. Also im Moment ist es wirklich viel zu warm. Der Grund für die sehr warme Luft derzeit, die Verteilung der Hoch- und Tiefdruckgebiete, sorgt dafür, dass wir es mit einer südwestlichen Strömung zu tun haben. Dieses Tiefdruck-Trio ist der Auslöser. Aber das löst sich in den nächsten Tagen auf. Das heißt, es wandert nach Norden. Die Hochs und Tiefs verteilen sich über Europa wieder neu. Das ist aber völlig normal im April, dass es da mal dieses und mal jenes Wetter gibt. Wir haben dann ein kräftiges Hochdruckgebiet westlich von uns. Die Hochs drehen sich im Uhrzeigersinn auf der Nordhalbkugel deshalb dann am Freitag diese spürbar kältere Luft. Also ab Freitag muss man sich wieder deutlich wärmer anziehen. Das Hoch schiebt sich aber dann wahrscheinlich zum Wochenende hin zu uns herein. Das heißt, das Wetter wird dann wieder freundlicher. Heute Nacht werden die Wolken von Westen her immer dichter und im Verlauf ganz vereinzelt, vor allem Richtung Niedersachsen, kurze Schauer und Gewitter geben. Ansonsten in der Nacht noch trocken vorübergehend sieht man die Sterne. Überall ist es relativ mild bei Tiestemperaturen von 11 bis 9 Grad. In den Bergen um 6 Grad. Morgen das Wetter dann längst nicht mehr so schön wie heute, aber es wird überall immer mal wieder Sonnenschein geben. Vor allem am Nachmittag längere, heitere Abschnitte. Am Vormittag vereinzelte Schauer im Norden, am Nachmittag dann vor allem Richtung Oberlausitz, Erzgebirge und auch in Tschechien. Örtlich können die richtig kräftig ausfallen, aber es wird wieder nicht allzu viele erwischen. Viele werden morgen trocken durch den Tag kommen. Temperaturen dazu immer noch recht angenehm. 19 bis 21 Grad in den Bergen um 13 Grad. Wie sich dann das Wetter insgesamt in den nächsten Tagen weiterentwickelt, dazu mehr bei MD aktuell um 19.30 Uhr und 21.45 Uhr. Für alle Allergiker, es wird in den nächsten Tagen eine deutliche Erhöhung der Erlenpollen geben. Die Birkenpollen, die haben noch ein kleines bisschen Zeit, aber höchstwahrscheinlich so im letzten April-Drittel kann es da ganz schön zur Sache gehen. Da steigen die Temperaturen noch mal ordentlich an. Wenn es da nicht allzu viel Niederschlag gibt, kann es dann zum Teil wirklich richtig viele Birkenpollen geben. Das war es erst mal von mir. Ihnen einen schönen Abend. Tschüss. Das war es erst mal.